Welche Einsamlung müssten diese Protokolle sein? Wo sind sie hingekommen? Fertig für Fertig würde man das, was sich mitgehalten habe darin finden. Bei Gelegenheit der Auslösung des gewählten Korpses war der Staatsrat im letzten oder letzten Dezember. 1813 zusammenberufen. Wir wüssten, dass es sich so wichtig werden würde, ohne jedoch den Gegenstand der Salben zu können. Die Ritze war auf höchste gestiegen. Der Feind hatte das französische Gebiet betreten. Meine Herren, sagte der Kaiser, sie hätten die Lager der Sachen und die Gefahren, welche das Vaterland betroffen. Ich glaubte, ohne das so verpflichtet zu sein. Dennoch konnten die Abgeordneten des gesetzigen Verbänden das heißt, gegen das Vaterland gewendet, statt mich mit ihren Anstrengungen zu unterstützen. Hindern sie die meinen Unterstellung. Allein konnte den Feind noch aufhalten. Er übernehmen ruft in Herbeistadt in einer Stirn von Erz. So sagen, legen sie in unsere Wunden. Bloß den Frieden fordern sie mit. Magdigen Geschrei wollen wir, wenn das einzige Mittel ihn so erwerben. Doch dieses wäre mir so ein Krieger. So retten sie. Sie beklagen sich über mich. Sie sprechen von ihren Beschwerden. Aber welcher Seite, welchen Orten wollen sie dazu? Mussten sie nicht bloß unter uns vertrauten, aber nicht gegen Worte des Feindes über Volke Gegenstände. Unterhandeln war ich denn unzugänglicher für sie, aber ich mich jemals unfähig gesagt, für munstigen Ratte ohne zu nehmen. Es muss daher ein Entschluss gesagt werden, dass gesetzige Wänderkorpse trägt dazu bei Frankreichuntergang zu beschäunigen statt der Rettung und die Hände zu bieten. Es verraten seine Befliegten. Ich erfülle daher die Meinigen. Ich, los ist auf. Das ließe uns eine Kette verließe, worin enthalten war, dass bei zwei Fünfzeheilen des gesetzige Wäbenkorps schon die Volkmarken erlotschen werden, dass am 1. Januar ein anderes Fünfzeheil sieg in demselben. Wer hätte diese Befinden, würde so gleich, als dann die Majorität dieser Kurse in der Tat nur aus denen bestehen würde, die kein Recht mehr dazu hätten. Und mitten in Betracht dieser Umstände dass gesetzige Wänderkorpse von diesen Augenblick bis es durch neue Wahlen wieder wohlseilig geworden aufgehoben und betrachtet sei. nach dieser Wahlen sogar für den Kaiser fort. Das ist der Juhat, das ist der Kretze, das ich erlasse. Und wenn man mir selbst das sagte, »Das ist nur heute, das Pariser Volk dahin fragte, in was aufzustehen und mich in den Tuilerien umzubringen, so würde ich es doch erlassen,« dann meine Befriedigung förderte es, also die französische Nation, mir ihr Schicksal anvertraute Brüste, ich die Gesäße, die es mir da bot. Um es zu beherrschen, hätte ich sie uns erreichen, das so gefunden. So hätte ich jenes Nicke angenommen, was er glaubte, ja Nicke, da ich ein Ludwig 22 sei, man erwarte von mir kein Tag. Nicke schwanken und Kaiser zu sein, hatte ich nie auf Bürger zu bleiben. Wollte man die Anarchie von neuem Heiligen, so würde ich auf der Stelle abdanken und lieber unter der Menge mit verlieren, um meinen Anteil an der Souveränität zu genießen, als an der Spieße einer Ordnung der Dinge bleiben, wo ich nur gegen jedermann anstorzen müsste. Jemand beschussen zu können. Übrigens, so schluss er, ist mein Anschluss dann gesessen gemacht, als er oder wenn jeder jetzt seine Beflüttes tun will. So muss ich auch in der Meinen, ebenso wenn ich microbesieken lassen. Also wenn ich vor dem Feind er stunde. Ach, man tat Nicke sein Beflüttes. Der Kaiser von Maggemann auch immer das Gegenteil geklaut, da haben so wenig Ohnung schränkt. Und so nachgeben gegen seinen Staatsrat, dass es mir als einmal vorgekommen ist, wie er einen schon gefassten. Endschluss. Wieder hat Dürk sprechen lassen oder ihn sogar vernichtet hat, weil ihm seitdem einster Mitzuglieder in sich geheim neue Gründe angegeben oder es gelten gemacht hatte, wie die Privatmeinung des Kaiser also solcher Alphade-Majorität eingewirkt habe. Man fragt es aber nur, wo alle die sexy und schafften, so wie der Kaiser die Gewohnheit hatte, dann Mitzuglieder des EU-Instituts, jeder wissenschaftliche Idee, welche ihm in den Kopf kam, mit zu heilen, ebenso enthielt er, denn Mitzuglieder der Staatsrat hatte auch keine seiner Politischen vor. Oft hatte er selber dabei besondere und manchmal sogar geheimer Ersichtern. Es war dies, wie er sagte, eine sichere Mittel, eine Frage recht gern zu lassen, die Geisteskraft eines Meines sein politisches System kennenzulernen oder dessen Bezwiegenheiten auf die Probe zu stellen. Ich weiß, dass er im Jahre 11.3 Städterrat die Untersuchung einer ganz außerordentlichen Frage ob einem Lieger des gesetzten Gewänderkorbs unter Druck werden soll. Anvertraute, die Mehrzahl war dafür nur eine Mittelkraft der Gegend, auch länger ohne gute Darüber sprach der Kaiser, welcher mit vielen Aufmerksamkeiten und großem Ernst der Saison präsidiert hatte, ohne auch nur ein Wort zu sprechen oder eine Ahnung von seiner Meinung zum Konsul geben, schloss sie mit den Worten eine so wichtige Frage wird ihnen zu wollen, dass man darüber nachdenken. Wir werden darauf zurückkommen, aber sie kam nie wieder zur Au… Anregung. Wir werden durch die Knie Wir werden hier im Folgen des Flens am clip Untertitelung des ZDF, 2020